Hallo, ganz kurz, mein Name ist Hubi und ich bin vom 6. auf den 7. Januar, also Samstag auf Sonntag, auf meinem YouTube-Kanal live und sammle 24 Stunden Geld für einen guten Zweck. Wir haben eine Stiftung, welche sich für das Kinderwohl einsetzt, wir haben eine Rettungsstaffel von Hunden, welche nach vermissten Leuten sucht und wir haben auch eine Schule für körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder, die wir unterstützen wollen. Geht doch gerne auf meinen YouTube-Kanal, schaut im Stream vorbei und wenn euch das Ganze gefällt, einfach eine Spende von 1 Euro oder 2 Euro reicht schon vollkommen aus, denn jeder Support hilft. Und jetzt will ich dich doch gar nicht weiter belästigen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns im Stream.